angreifen. Du hast doch den Wegpunkt gesetzt, nicht ich? Ja. Ich bin hier schon seht. Jetzt bin ich direkt L. Sechs. Bum-Bum. Ja, ich bin Bum-Bum. Ich auch. Schickt mir's aber per Post. Von euch daheim dauert's ja so ewig. Nee, könnt dran liegen, dass die Post streikt. Ach nur das, aber trotzdem wird's ja beide dauern, bis sie bei mir ist von euch. Nee. Doch. Nimmstens zwei Tage. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Wenn die Post nicht streiken würde, nicht. Doch. Ich glaube nur ist an einem. Nein. Doch. Wenn du es morgens losgekriegst, erst frühestens am nächsten Tag. Ja eben, einen Tag. Guck, es tötet mich sogar ein verfackter Spion. Als Schwere, mit Schild. Ja? Tyranno. Du bist halt einfach ein Noob-Foot. Du hast dies ein. Und? Und da läuft ein Spion. Ein Sunny dran vorbei oder redet mich nicht bei? Nein, ich mach das nicht. Ich bin ja nur Sunny. Ja, auch ein Sunny. Oh, Mann. Das war nicht so schlau. Okay. Der Hangar ist gefährlich. Merkt euch das. Fuck off. Oh, Markus. Nice one. Da steht ja einer vor mir. Ich stehe dich gerade auf. Oh, ich habe ihn. Nicht. Ich habe einen Assist. Ja, ich habe mich gehört. Oh, aber jetzt kommt der nächste Heavy. Ich bin auch weg. Indie Elite. Aha. Ja, Red Oktober. Ja, Red Oktober. Und Indie. Ja, Red und Indie. Nö, 100. Aber echt? Ja, das ist kein anderes Level. Das gibt es jetzt. Nein, nein, nein. Und wieder tot. Jetzt habe ich eine 05er KD. Ah, ich habe nur noch eine 05er KD. Oh, shit. Boah, da könnte ich echt blackringen. Alter, das ist das doch... Ich muss mir ein neues HDMI-Kabel bestellen. Warum? Mein aktuelles HDMI-Kabel hat einen Wackelatten, weil ich mein altes nicht mehr benutzen kann, weil ich jetzt meinen Schreibtisch umgestellt habe und das, was ich jetzt drinnen habe, hat einen Wackelkontakt. Das ist schon wieder tot. Hinter euch liegt einer. Das finde ich. Ähm, bestell ein 3m HDMI-Kabel und dann sagt, es ist zu kurz und schicke es zurück und dann kriegst du es immer sonst. Ich lege hinter euch, Jungs, ne? Was hinter dir? Du hast ein 3m HDMI-Kabel bestellt und es war nicht 3m lang, oder was? Doch, es hat, aber es war für mich zu kurz. Ich lag, ich lege immer noch da, genau. Und dann habe ich es zurückgeschickt, wollte ich es zurück schicken und dann hätten sie gesagt, nö, darf es behalten, kriegst du das Geld zurück überwiesen. Wir haben es nicht gedacht. Wenn wir die Kosten für zurückschicken, die sind höher wie... Ist teurer als das Kabel wertes, genau. Hm. Also wenn du ein HDMI-Kabel brauchst, machst du es so. Kriegst du es immer sonst. Das halt nicht immer machen, aber wenn du es einfach nicht machst... Guck, das war der Hardcore-Betrüger. Ja, und? Das ist nichts mit Betrügen zu tun... Jetzt kommen jetzt 50 Monde aus diesen... Spawn-Dinger aus, Alter. Das hat nichts mit Betrügen zu tun, hat Sven. Ich habe alles offiziell gemacht. Und es war zu kurz. Ja, bei mir würden 3 Meter reichen. Bei mir würde 1 Meter locker reichen. Bestell halt ein Meter und sage, es ist zu kurz. Kannst doch vor, dass ich irgendwie der einzige Sanitäter hier bin. Dann bist du auch der einzige Sanitäter. Ohne Witz. Ich bin der einzige Jakob, der auf den Balkon hochfliegt. Und ich verreckt. Ich weiß nicht, wie ich es kann. Wir kommen irgendwie nicht zur Ahr rein. Nö. Das viele kommen auf. Das war ein Fehler. Ja, Peppa liegen. Ja, das ist aber auch verdammt heftig hier. Also wir haben schönes mit Drax. Kommt ein Spion. Vorsicht. Wir verwecken einfach die Maxis am Fließband. Hier. Oh. Oh. Wenn sie schon wieder kippen. Oh, fuck. Hier. Ja, Mann. Viel totes. Es tut verdammt nochmal weh, wenn man Raketen ins Gesicht bekommt. Ja. Oh, fuck. Da ist ein Double Fury Sundy von Pew. Nein. Tot. Es redet ein Spiel und... Ne, Brawler war es nicht. Äh. Hätt's für was sagen sollen. Und nicht irgendwo andersrum schreien. Na, erst schreien das ein Spiel und es und dann. Der Brawler? Ja, der Brawler kam hinterher. Das ist doch B. Ich kenne das. Der Brawler ist zweitrangig. Kannst du einem Queer Handbörse zu MI. Ja, der Brawler braucht nicht. Ja, dann braw ich es. Ich will auch nicht nach der Handbörse zurück... Ich will auch nicht nach der Handbörse zurück... Ich will auch nicht habe… » ich will auch nicht nach der Handbörse zurück.« der elektrischen hoch hat b auch alt b und mann jetzt wurde schon wieder gehäten in dieser tower ist doch aus und sehr wollen wir nicht eine andere welt angreifen du hast du den wegpunkt gesetzt nicht ich ja spiel ich bin hier für sie jetzt eben einfach ich bin nur dreimal verreckt dann können lassen soll es wechseln aber ich habe mir 3,3 akad noch wenn ich habe einen korreieren wenn ich sage ich rette die aufnahme schon für dich ja damit hier zumindest einer was leistet oh 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 au 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 tot hier sind viele bei der was heute auch noch Was? Ja, so ging es mir hier auch gerade. Ich wurde auch gerade... BRTD! Auch noch da! Geil! Wer ist da? Mit der Oxenwaffe. BRTD! Ja, komm lieber zum neuen Wegpunkt, da ist sicherer. Ja, außerdem haben wir eh verkackt, weil die Voller jetzt alles durchdreht haben von uns. Zumindest ist es ein bisschen sicherer. Weil das sicherer ist, weil das hier auch noch nicht bezeichnet. Schon wieder so. Ich glaube, ich drehe echt am Rad. Ich habe einen Kill in der Aufnahme gemacht. WTF? Bisher habe ich auch noch einen Kill. Ach, wo hat der Scheiß? Weil ich mich halt... Wir kommen einfach 700 Heavys da oben, Markus. Wo bist denn du da? In 20 Minuten ein Kill. Neben dir! Hä, was? What? Oder was Futo? Einer von euch war ich gerade neben mir. Ja, ich lieg da vorne bei den ganzen Heavys. Ja, Futo war glaube ich gerade neben mir und das war weg gewesen. Ja. Ich bin nicht verreckt. Die cappen uns gerade den letzten Punkt weg. Ja, ich bin da näher, aber ich sehe sie nicht. Mann. Wir haben A. Wir haben A. A ist safe. Safe. Auf dem Rücken ist so eine harte Bitch-Fight. Es ist unglaublich. Joa, 90er Kill. Jawoll, Alter. Bin du a face-batch. Oh, jetzt habe ich den. Einen habe ich geholt. Dann hat mich Markus erschossen. Ganz großes Damen-Tennis hier. Ganz großes Damen-Tennis hier. Wissen wir mal, ich schieße noch ein bisschen auf. Oder gegenseitig sind wir hier. Ich schieße euch gelaufen. Ich bin nur wieder raus. Ich wollte in die Deckung zurückhüpfen. Und das ist einfach den einzigen Weg in die Deckung zurück mit Kugeln gespräht. Ja, weil der Gegner war. Ich wollte schießen plötzlich dann zu vor mir oder dann. Joa. Ja, ich weiß das der Gegner-Mann. Auf die hab' ich auch geschossen bis ich in die Deckung gerannt bin. Yeahh, Kill und von Starbr WHOLE. Boah dauert es ewig. Richtig geil. Genau. Haben dich, du Arte. Was jetzt? Nein, Tod, 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 ich habe ihn. J kalkin E chega. Juhu. Das waren drei. Das war der dritte. Vier! Ich habe sogar vier Key in DIN. Ich habe ne vier Restw cuc. Alter. Die sind die schon mit Raketenwerfern auf die Treppe hier. wir verlieren wir sind trotzdem hier raus ja da raus eine gute idee da raus auf der seite rein ja ich kann nicht mehr spawnen aber gleich sollte wieder gecapt sein für uns ja wir haben wieder das ist ja dumm gewesen alter ein typ tot reingerannt in meinen schießen lässt umgehen die schwerbereiche ja ja ich werde jetzt eh gekillt weil 5.000 leute auf stück doch man will ich stimme die wixer nachkommen jetzt wieder einer von hinten von hinten immer von hinten doch müsste sich packen es war richtig so ich habe ich nur von hinten gekillt wir sollten zu c wir verlieren grad b kipps zu c dann wiegen steht ja ich habe ein c mehr verlieren b ja ich kippe c ich komme ja rüber wieder im sperrgebiet bin durch ein haus laufer ich werde dich unterstützen sie einzunehmen ich werde mit dir sterben ja wir sterben alle mit sven da kommt einer links rechts ich habe angekündigt hinter dir ich habe ihn ich weiß aber noch einer hinter dir das ist ein spion habe ihn noch einer habe ich nicht habe ich nicht habe ich nicht habe ich nicht dafür noch zwei konate abc auch ich bin ja wer war's fachos ich bin glückwälder du bist mein bester mann alter i love you i love you hier sind beide es lieben und ich treffe die typen nicht ich bin heute schon fast genauso oft dank dir verreckt als ich dich gegen was macht ihr so dass ihr wollt wenn du reinklust rein rennt ehrlich yo ich mach einfach nur noch ein bisschen Bis zum nächsten Mal.